Wir haben Itti hier stehen. Wieso haben die der Itti stehen? Ja, weil die Itti hier stehen haben die blöden Biskuppe. Itti fröhlich. Itti drauf. Ja, warte. Itti drauf. Ja, warte, sie sieht es noch niemals. Nee, ich weiß. Aber ich... Ich kann es mir aber vorstellen. Unentschlossen. Hä? Hä? Was denn? Ich glaube, ich habe versucht, etwas anzugreifen, aber ich weiß nicht, was es war. Klein Schaf. Du bist Creative, da greift dich eigentlich nichts an. Doch, Schaf. Ja, die bösen Schaf. War ein Schwer zu scharf bestimmt. Wo sind die Treppen? Die Treppen. Ich weiß, dass ich suchen kann, aber ich suche es nicht. Treppen. Treppen. Oh. Ich habe vergessen, auch Treppich kann man nicht bauen. Schaut er mir wieder zu? Hm? Hm? Äh. Schaut er mir wieder zu? Hm? Hm? Äh. Penner. Was hat er wieder gemacht? Wurzeln. Ach, ich ärgere Alex gerade so ein bisschen. Ich habe ihn seinen Game-Mode genommen. Hier, Böschel. Gees. Was hast du gesagt? Mein Game-Mode hast du genommen? Deinen Game-Mode. Ich habe dir den Game-Mode genommen. Oh mein Gott. Jetzt hat er einen Doppelten. Ehh. 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 Cool. Jetzt hat er einen Doppelten. So geil. Ein doppelten Game-Mode, bitte. Ein doppelten Game-Mode. Mit Schuss? Nein, ohne heute. Ich hätte gerne einen doppelten Game-Mode. Mit Sahne? Nein, ohne. Geschüttelt oder gerührt? Man kommt drauf an, worauf man steht. Ja, richtig. Je nach Vorliebe, oder wie? Genau. Na. Also individuell. Weißt du, was ich mal eigentlich vorgenommen habe? Was denn? Ein paar Fotos machen und so. Und die dann quasi zu nutzen für... Als Thumb hier, da, beruft oder du weißt schon was. Wahrscheinlich in der tausendsten Folge. Als Tumpneil? Ja, Tumpneil. Mach ich das dann irgendwann. Okay. Brennst du wieder durch? Ich? Brenne mal durch. Nein, rennen. Achso, ja. Er hat sich deinen Nachbarn angeschlossen, die lichterloh gebrannt haben. Hä? Ich hab mich eingeschlossen. Achso, die Nachbarn, die Feuer und Flamme waren. Alter, komm mal her. Guck mal, ich hab mich eingeschlossen. Ja, guck mal hier hin. Guck mal. Schade, dass man sich nicht davon auszählen kann, ne? Ich krieg den nicht. Weg den... Mach mal ein Foto davon. Mach mal ein Foto davon. Warte, ich mach ein Foto davon. Mach mal ein Foto davon. Mach mal ein Foto, hält länger. Ich mach ein Foto. Wo ist das Foto? Da ist das Foto. Bitte lächeln. Nein. Ich hoffe, das hat jetzt auch Foto gemacht. Ich weiß nicht. Ich gucke. Ich würde sagen, ich mach Foto, aber... Hast du das Foto gemacht? Ich weiß nicht, ich gucke. Na guck doch. Boah, falscher Ordner. Gibt's da nicht ein YouTube-Video so und so für lang diese Jeopardy-Musik? Ja, ich glaube, dass ja. Ich muss mal eben kurz gucken, ja? Man greift ein Bloggenisch, dann benutzen, springen, wegwerfen, sprechen, schlumscheiden, stream pausieren. Stream pausieren? Oh, ich bin draußen. Screenshot! Ohhhh. Hat nicht geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Wolltest du ein Screenshot machen? Nein, hat nicht geklappt. Ich bin jetzt voll traurig. Aber du weißt ja, es geht... Ja. Voll traurig. Guck mal, du kannst noch mal eins machen. Mach doch eh mit deinem Handy und schieß. Nein, jetzt weiß ich ja wie es geht. Ich schieß das Handy weg. Screenshot. Sehe ich denn wieder genauso aus wie vorhin? Ja, ich bin wieder hier drin. Screenshot. Fertig? Hab ich schon. Und raus. Geil, ne? Geht einfach raus. Ach, schön. Mal sehen, wenn der Erste schreibt, du baust immer nur dasselbe. Mhm. Ich baue es gleich. Eben, das ist ja nicht dasselbe, was du baust. Gleich. Richtig. 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 Ich kandidiere. Schamrücken. Hab ich auch. Schätzelein. Oh Gott, jetzt hör auf damit. Warum? Weil es gruselig ist. Es ist nicht gruselig. Klingt aber gruselig. Schätzelein. Du weißt gar nicht. Ich will ein Spiel mit dir spielen. Ich will ein Spiel mit dir spielen. Das ist bestimmt ganz geil mit so einem Kölner Akzent. Ich will ein Spiel mit dir spielen. Schätzelein. Ja, das hat was. Schätzelein. Oh mein Gott. Ah, schön. Toll. Huch. Da kommt ein El Renoir angehoppelt. El Renoir. Das ist eher so Lenor, aber gut. Und zwei Blöcke vergessen. Juhu. Oh, doch nicht. Wo brauchst du denn hier für komische Sachen? Ja, wieso? Muss auch eh zweimal hoch. Brauchst du hier die EKG-Kurve nach oder was? Das ist mein Herzschlag Der ist geil Sein Herzschlag Ich versuche mal seinen Herzschlag nachzumachen Wir fangen an am Haus Kurve Alex, du solltest zum Arzt Wieso machst du Pup-Pup, wenn nur ein Pup ist? Ja, Pup-Pup hoch runter Ja, aber da hinten hast du den Pup vergessen Dann da Du hast Piep-Pup gemacht Ja, und hier ist Hier ist, hier ist, hier ist Guck, hier hast du Hier hast du Pup Eigentlich wäre das ja Piep-Pup Piep-Piep Also eigentlich wäre das ja hier Piep-Pup-Pup Piep-Pup Ne, sowas Wie schön, dass man sich darüber Echt so, ne? Oh Gott, ey Was? Ich kann ja auch einfach sagen Ich habe das alles gebaut Ohne Aufnahme, aber das wäre ja Viel zu langweilig für euch geworden Und deswegen habe ich das weggelassen, ne? Schätzlein Du hast mitaufgenommen, verdammt Ja, richtig Ehrlich? Schönen deinem Video Natürlich nehme ich mitauf Wie, du nimmst mitauf? Ja, sicher Alter, du nimmst die ganze Die Beiharm aufnehmen? Klar, ich habe es noch nicht gesagt Alter, weiter Klar Ich nehme die ganze Zeit schon mitauf Schon mit unserem 1, 2, 3, ne? Ja Als Anfang, ne? Ja, ich habe noch nichts gesagt Hoffentlich Hoffentlich Klar ist das 1, 2, 3 dabei Nein, natürlich habe ich nicht aufgenommen Auch dir traue ich alles zu Na danke Weil ich einfach Ich durch euch genießen darf Ja, sicherям reve graphics Lass mich